Nicole Nau ist 1963 in Düsseldorf geboren, Tochter von Ingrid und Heinz. Die Familienverhältnisse wehten Traurigkeit in ihre Seele, die große Schwester Milene tröstet sie oft. Tiere retten ist ein Muss, Reiten eine Leidenschaft. Mit 13 kümmert Nicole sich um ihre kleine Schwester, mit 17 kellnert sie, finanziert Abitur und Grafikstudium. 86 entseckt sie den Tango. Im ersten Buenos Aires-Aufenthalt wird sie engagiert für eine Show in Kanada. Danach geht sie ganz nach Argentinien, auf der unermüdlichen Suche nach der Essenz. Es folgt das Engagement ins Opernhaus Theatro Colón mit der Oper Marathon. Sie tanzt für den Kanal Volvern, gelangt auf zwei Briefmarken der Argentinischen Post. Ihr grafisches Können sieht man in ihren Kostümdesigns, die sie mit Hilda Curletto realisiert. Ihre Suche ist unermüdlich, ihre Energie kaum zu bremsen, wie E.ON und E.N.E.K.O. in Werbekampagnen bestätigen. Und dann kommt der Tag, an dem ihr Leben seinen Inhalt findet. Endlich! Sie lernt Luis Pereira kennen. Sie werden ein Tanz-Lebens- und Liebespaar. Sie erwarten ein Kind, tanzen zu dritt. Doch diese Familie ist ihnen nicht bestimmt. Ihr Leben bleibt der Tanz. Luis zeigt ihr sein Argentinien. Das erzählt ihr Buch »Tanzetango mit dem Leben«. Gemeinsam leiten sie das Café de Los Angelitos und Viejo Almasen. Ihre Eigenproduktion wieder wird mit Standing Ovation im Folie Berger de Paris gefeiert.